Wunderstag hat mich Sven angerufen, die... ...den Dockfile. Zwei Dockfile. Einen habe ich... ...einen da rumlegen oder was. Einen habe ich jetzt nicht gemacht. Ich wollte keinen mit Antriebssatz haben, mit diesem ganz schnellen Antriebssatz. Ich habe so viele Antriebe noch, ich nehme erst mal das, was ich habe. Ich habe jetzt schon mal 30 Euro da rübergehend. Ja, Mann, ich verfolge da was. Bist nicht los. Du musst. Da geht es nicht los. Da ist ein paar Tage jetzt die mal auf Foil. Wir sind auf dem Platz los. Guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9, 9, 9. Da darf ich gar nicht fliegen. Da ja, oh! Da ja! Oh! Oh! Was ist das? Musik Ja, das ist gut. Das ist ein bisschen anders hier. Musik Amen.